Was heißt Pionierlabor für uns? Gemeinsam an der Praxis zu lernen, Praxis vorzustellen und dann gemeinsam mit anderen daran weiterzudenken, weiterzuentwickeln. Unser Thema ist Organisation und normales Wirtschaften. Es lebt ja von allen, es lebt nicht nur von denen, die hier vorne stehen, sondern Praktikaforum, Pionierlabor heißt immer, werkeln an der Praxis, mit der Praxis. Da gibt es viele spannende Formate. Wir nehmen so viel mit aus den Inputs zum Thema humanes Wirtschaften und ich glaube, das ist ein Thema des Brauchs in der Welt. Es braucht noch viel mehr, dass das ISB da einen Weg geht, uns dazu verbindet, uns Inputs gibt, an denen wir weiterdenken können. Da bin ich einfach sehr dankbar, euch, dass ihr das macht, dass wir hier teilnehmen können. Und ich bin wirklich beseelt, dass ISB so präsent ist, dass man nur auf den Knopf drückt und das entsteht wieder. Das macht mich jetzt gerade richtig froh. Es gibt so viele, was Gemeinsames, was man miteinander teilen kann, was auch bereichert und Resonanz bringt. Und ich gehe beseelt. Und ich gehe beseelt. Vielen herzlichen Dank. Danke.